So, play like a legend! Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario, der alte Sack! Ich kann das nicht raus und gucken. Ah, das ist ein Klauschen, siehste. Wenn der jetzt hier ist, Lot noch einen macht. Und wir nicht. Jester, vielleicht stehe einen Schritt in die richtige Richtung hier. Okay, nun reicht aber. Halt an! Boah! Spannend die Bach wieder. Ah! Ah! Danke! Dankeschön! Hm... Hm! Hm... Hm... Ja, sieh, sieh, ist auch wieder ein zugelegt. Hm... Hm... Looks like they put a good swing on that one. That should find the short stuff. This shot coming from around 220 yards. Back into the wind. They need to flight this one down. Going with the five iron here. Yeah, going for it in two. Okay, he wants to win. Well, that's certainly showcasing all their talents there. That's impressive. Always like the aggressive play. Going for it in two and get rewarded for it. So, richtig hinsetzen. First of all, richtig hinsetzen wieder. Chance. Chance versuchen. Als zwei Grüne. Zwei Grüne. Nee. Und denn? Zwei Grüne. Was? Zwei. Ich bin total durch mit jetzt. Ich weiß ja nicht. Zwei Grüne. Ach so, zwei Grüne sind wir erstmal da. Und ein Stein. Das ist auch keine. Eins, zwei. Das ist mehr. So. Ach, schade. 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 Das ist veröffentlichbar. Full feet to the cup. Looking for another birdie here? Okay. Gut. Den wenigstens. Den wenigstens. Den wenigstens. Ich weiß ja nicht, wieviel Chancen dazu noch da sind. 18. Nichts. Needs is one to kick right. Bitte nicht wegrollen. This is an extremely long put. Oh, da sieht der Wald aus. Oh, da sieht der Wald aus. 20, okay. 20 Meter. 20 Meter. Aber wenn die Linie dazu passt, dann kann das, dann ist das auch nicht so schlimm. Bitte nicht. Also erstmal. Erstmal gefällt mir. Hallo. Erstmal gefällt mir die. Die Dings nicht. Und jetzt kriegst du die Seite. Das war zu wenig. Das war zu wenig. Scheiße. Oh, so close. Well, it's a bit disappointing. Ah. Leider, ja. Ja. Ey, das ist doch gut. Beschreibst du nicht. Wir machen einfach. Beschreibst du nicht. Ruhe. Stepping up to the 16th tee now. Oh, nee, ne? Ey, hallo? Blöde Bunker. Weg. Eilich? Warum? Eilich. Was gibt's denn da drin? So, ein Schwachsinn. Das war ein bisschen untidy, wasn't it? Heady, I'm sure you've got a better look at that line. Jetzt machen die hier noch. Oh, no. This is nasty. Just no. Was ist denn das für eine Scheiße? Nicht doch schon wieder. Ich bin blöde Bunker, die Fresse ist meine Bündnis rauf. Boah. Guck mal da. Halt an. Weißt du wohl, oder? So eine Kacke, ey. So schnell geht das, ne? So schnell geht das. Bitte, bitte triff. Gut, dass Winsen, wo es einer ist. Wo ist Tiger? Wo ist Tiger jetzt? Ja, er hat sich noch einer fühlt jetzt. Two holes to go, Luke. Can they hang on? Let's find out. To me, the short power four is the most underrated hole in all of golf. Really hoping they play this one aggressively. Oh, Mann, ey. Well, there's a very good reason why he's leading this tournament, and that's Exhibit A. Simply amazing power on that tee shot. Mmm. That's a high-quality recovery shot. Yes. Very smooth tempo there on that chip. Putting for birdie here. And that's a great way to forget about that bogey on the last. Gut, Gott sei Dank. And with that hole behind us, they're currently in the lead with Tiger Woods in second place. Gott sei Dank. What a lovely position to be in holding the lead. Oh. Playing the last. Good luck. Dankeschön. Dankeschön. Nein, 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 doch. Wieso den Bunker? Wieso das denn? Oh, Gott sei Dankeschön. Der Bunker-Kacke, ey. Okay. 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 Ich spielte da wieder drüber. Ich kann wissen, wir wollen ihn schießen, ey. Ich kann wissen, wir wollen ihn schießen, ey. Ich bin mir weg. Reicht. Gut. Bitte. Ich muss ja nicht jetzt meine Bürgs kaputt machen hier und den Tiger doch noch, dass den gewinnt war. Das wäre ein impressive Display, an I. Das ist für ein 66. Aber eine schöne Einstellung, ey. Das wäre natürlich besser, wenn der passt, ne? Oh, nervös. Bitte, bitte, bitte. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Hoffentlich hat sie reich. Nicht, dass die noch ein Igel draußen macht oder irgendwo oder keine Ahnung. Jetzt nochmals in deraun. Ja. 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 Ich bin. Ja. Ich bin. Ja. Ich bin. Ja. Ja. Ich bin ich. Ich bin. Waren wir nur gegen Tigeray gewonnen oder nicht? Oder gestanden? Da ist er. Da ist er ja wohl. Prima, ey. Schön. Schöne Blümchen. Hoche Almera. Jo. Tuck. Tuck. Weiter. Okay. Ja, weiter. Äh. Ja, auch weiter. Und weiter. Ach, die auch wieder. Gut. Wir machen erstmal einen Break. Und dann geht's als nächster Wettkampf dann mit Ricky. Dann holen wir uns Ricky als Gegner, als Rivalen. Ja. Dankeschön erstmal fürs Zugucken. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Ich hatte genug, reichlich. Dankeschön erstmal. Ciao, bis zur nächsten Folge dann. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.